Nach der Trauung können Sie hier zu uns in den wunderschönen Museumsgarten kommen. Da warten wir auf Sie mit Sekt und Orangensaft und dann können Sie mit Ihren Gästen hervorragend auf das neue Glück anstoßen. Und im Anschluss daran führen wir Ihre Gäste gerne durch unsere Ausstellungen, während Sie sich mit den Fotografen ganz auf die Hochzeitsfotos konzentrieren können. Also ganz in Abhängigkeit von der Zeit, wo Sie hier bei uns mit der Trauung beginnen wollen, können wir Ihnen auch anbieten Mittagessen, Kaffee trinken, Abendessen, auch gern mit Buffet. Und Sie dürfen sich auch gern Ihre eigene Hochzeitstorte dazu liefern lassen. Für ein erstes Angebot benötige ich Ihre Kontaktdaten. Ich benötige, wie viele Personen hier feiern möchten, darunter auch wie viele Kinder unter sechs Jahren. Ich benötige den Beginn der Trauung, was Sie gerne als Zusatzleistungen von uns noch möchten und wann Sie enden möchten.